Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inside AI, unserer Videoreihe zum Thema generative künstliche Intelligenz und vor allem der Frage, wie bringen wir das Ganze produktiv auch in die Wirtschaft und die Industrie. Heute soll es um das Thema Bildgenerierung gehen und zwar auf lokalen Rechnern mit lokalen Modellen. Ich hatte in einem vorherigen Video ja das Thema LLMs auf lokalen Rechnern gezeigt, also große Sprachmodelle wie beispielsweise das Lama 3 Modell von Meta auf eigener Hardware zu betreiben und zu nutzen. Und heute möchte ich zeigen, wie es um das Thema Text-to-Image, also man gibt einen Text ein und erhält auf Basis dieser textuellen Beschreibung dann ein Bild. Das habe ich in den bisherigen Videos ja auch grundsätzlich gezeigt, welche Online-Plattformen es in dem Themenfeld gibt. Und auch hier ist es Spannende, es gibt vor rund zwei Jahren wurde Stable Diffusion veröffentlicht. Ein Open-Source-Modell, mit dem man tatsächlich auf eigener Hardware Bilder aus Text erzeugen kann. Und dazu gucken wir uns einmal ein bisschen was an. Ja, interessanterweise ist es so, dass das Stable Diffusion-Modell tatsächlich an der LMU in München mitentwickelt wurde, maßgeblich, zusammen mit dem Unternehmen Stability AI. Genau, nämlich Ende August 2022, also noch vor dem Release von ChatGPT, kam Stable Diffusion auf den Markt, beziehungsweise wurde veröffentlicht. Und seitdem ist es eine relativ große Community an Leuten, die diese Modelle nutzen, um lokal entsprechend Bilder zu generieren. Mittlerweile gibt es tatsächlich schon die Version 3 von Stable Diffusion, wobei auch Modelle, die auf dem 1.5 oder dem Modell XL aufsetzen, immer noch sehr, sehr weit verbreitet sind. Und tatsächlich von der Community auch immer weiterentwickelt werden, beziehungsweise nachtrainiert werden mit entsprechenden Bildinhalten. Man muss natürlich dazu sagen, das Ganze ist rechtlich bisher auch noch eine Grauzone. Für das Training dieser Modelle, das gilt auch für die großen Sprachmodelle, wurden im Prinzip alle im Internet verfügbaren Daten genutzt, um diese Modelle zu trainieren. Darunter natürlich auch Copyright-geschützte Bilder. Und es gibt noch keine wirkliche Rechtsprechung. Vereinzelt in einigen Ländern, ich glaube in Japan beispielsweise, wurde entschieden, dass sich Bilder, die durch diese Modelle generiert werden, nicht urheberrechtlich schützen lassen, weil sie eben nicht von einem Menschen, sondern von einem Computer generiert wurden. Aber immer häufiger wird natürlich jetzt die Frage gestellt, was heißt das denn für die Menschen, deren Bilder beispielsweise genutzt wurden, um diese Modelle zu trainieren. Die gehen ja im Prinzip leer aus. Die Bilder wurden genutzt. Es wurde nicht um deren Erlaubnis gefragt. Und die Leute, die diese Bilder im Prinzip erstellt haben, erhalten im Prinzip nichts dafür. Größere Unternehmen gehen tatsächlich immer mehr dazu über, bestimmte Bibliotheken zu lizenzieren. Also wirklich auch Geld dafür zu zahlen, dass sie diese Daten für das Training nutzen könnten. Wie gesagt, das ist im Prinzip eine Grauzone. Das ist auch ein sehr kontroverses und umstrittenes Thema. Gerade aus dem Bereich der Kunstszene ist es so, dass tatsächlich es im Prinzip ein großes Spektrum an unterschiedlichen Meinungen gibt von Leuten, die das Thema KI-generierte Bilder vollständig ablehnen und tatsächlich als eine Art Raub bezeichnen. Bisschen zu den Leuten, die natürlich fasziniert von dem Thema sind, die es nutzen und die im Prinzip auch sagen, dass sie damit Kunst erschaffen. Wobei das kontrovers diskutiert ist. Kann es überhaupt Kunst sein, wenn im einfachsten Fall ich einen kurzen Text eingebe, auf den Knopf drücke und dann ein Bild dabei rauspurzelt? Ich möchte heute gar nicht so sehr darauf eingehen, wie man einfach ästhetische Bilder ausspucken kann, sondern vielmehr auf die Frage eingehen, wie können wir uns diese Technologie denn jetzt zunutze machen in unseren eigenen Workflows und so, dass es tatsächlich uns einen Gewinn bringt und auch ohne im Prinzip einfach blank Dinge zu kopieren. Bei den Bildern kommt der sogenannte Diffusion-Prozess zum Einsatz. Beim Training wurden Bilder genommen, die eine Textbeschreibung hatten und diese Bilder wurden immer stärker mit beliebigem Bildrauschen überlagert. Und das Modell wurde dann daraufhin trainiert, aus diesem Rauschen im Prinzip auf Basis einer Texteingabe, die im Text beschriebenen Formen, Gegenstände oder was auch immer, dann wieder im Prinzip rauszuziehen. Hier in dem Bild ist das ganz schön zu erkennen. Von links nach rechts wird das Bild immer stärker verrauscht. Das ist der Forward Diffusion-Prozess. Und im Prinzip wurde das Modell daraufhin trainiert, diesen Prozess dann auch wieder rückwärts abspielen zu können. Das heißt, aus einem beliebigen Bildrauschen, mit dem man startet, auf Basis der Texteingabe ein erkennbares Bild, ein Objekt, ein Gegenstand für eine Person zu erzeugen. Ja, seitdem, wie gesagt, Stable Diffusion veröffentlicht wurde, hat sich sehr, sehr viel getan. Es gibt sehr, sehr viel verschiedene Open-Source- oder auch Closed-Source-Software-Lösungen, die diese Modelle verwenden und nutzbar machen. Und es ist tatsächlich auch nicht unbedingt schnell durchdrungen, welche Software da jetzt tatsächlich die zugänglichste ist. Ich tatsächlich nutze eine Software, die im Prinzip verschiedene Frontends für Stable Diffusion unter einem Dach bringt. Und zwar nennt sich das Tool Stability Matrix. Das können wir hier sehen. Das ist ein Open-Source-Tool, was für Mac und für Windows heruntergeladen werden kann, installiert werden kann. Ich demonstriere das Ganze heute unter macOS, weil dieser Rechner entsprechend über Hardware verfügt, dass der ganze Prozess auch einigermaßen schnell abläuft. Um diese Tools wirklich gut einsetzen zu können, empfiehlt es sich, eine Grafikkarte mit mindestens 8 GB VRAM zu haben. Idealerweise eine NVIDIA-Grafikkarte, wobei es auch Lösungen gibt für AMD- oder Intel-Grafikkarten. Da muss man sich ein bisschen einlesen, welche entsprechende Software dafür dann gut geeignet ist. Das Schöne an Stability Matrix ist, wie gesagt, dass man alles unter einem Dach hat. Wir schauen uns einmal das Tool an. Nach der Installation hat man erstmal die Möglichkeit, ein paar Modelle herunterzuladen. Und da muss man sagen, gibt es unzählig viele verschiedene Varianten dieser Modelle. Also das Ursprungsmodell, dieses Stable Diffusion 1.5 Modell, was veröffentlicht wurde, das nutzt man im Prinzip nicht mehr, sondern man nutzt in den meisten Fällen Modelle, die von der Community auch weiterentwickelt worden sind, mit Bildinhalten nachtrainiert worden sind. Und das Interessante ist auch, man kann dieses Modell auch selber nachtrainieren. Also für den Unternehmenszweck beispielsweise könnte man ausprobieren, wenn es sich um ein Unternehmen handelt, was Produkte designt, könnte man natürlich Bilder seiner eigenen Produkte nehmen und in dem Tool nachtrainieren und versuchen, diese oder ähnlich aussehende Produkte dann wieder auch zu generieren. Stability Matrix hat tatsächlich auch ein eigenes Frontend, um Bilder erzeugen zu können, hier unter Inference zu sehen. Im Hintergrund nutzt es dazu ein anderes Tool. Das Tool heißt Comfy UI. Das werde ich auch gleich einmal zeigen. Aber das ist tatsächlich jetzt der einfachste Fall. Man hat Stability Matrix installiert. Man hat sich ein oder mehrere Bildgenerierungsmodelle heruntergeladen und möchte jetzt ein Bild generieren. Und das können wir einmal ausprobieren. Das ist jetzt noch relativ übersichtlich, auch wenn man vielleicht auf den ersten Blick diese einzelnen Parameter, die hier zu sehen sind, nicht verstehen kann. Ich nutze jetzt einmal ein Stable Diffusion XL Modell und lasse alles so wie im Standard. Bildgröße 512x512 Pixel. Das war die ursprüngliche Größe, mit der das erste Stable Diffusion Modell trainiert wurde. Stable Diffusion XL kann auch größere Bilder tatsächlich generieren. Aber wir probieren das Ganze mal aus, wenn ich sage, ich möchte beispielsweise ein Stockfoto von einem modernen Stuhl generieren lassen. Dann drücke ich jetzt auf Generate Image. Wir sehen Checkpoint Loader. Der muss also das Modell erstmal in den Speicher laden. Und wir sehen, das Ganze wird Stück für Stück entrauscht. Und letztendlich haben wir hier jetzt ein Bild von einem Stuhl. Und ich kann natürlich jetzt hingehen und sagen, ich möchte, dass dieser Stuhl grün ist und lasse mir das erzeugen. Er nutzt im Standard immer einen neuen sogenannten Seed. Das ist im Prinzip Zahl, die angibt, mit welchem Bildrauschen gestartet werden soll. Wenn ich also ein Bild finde, das mir gefällt, dann kann ich diese Seed-Nummer im Prinzip auch immer wieder nutzen, damit das Bild möglichst gleich bleibt. Ich kann dann per Text beispielsweise noch etwas ändern. So, wir haben jetzt ein Bild erstellt. Und wenn ich jetzt beispielsweise blau eingebe und wir das wieder generieren lassen, der Seed bleibt gleich. Aber allein durch dieses Wort blau sehen wir, verändert sich das Bild doch schon relativ stark. Wie wir sehen können, auf der neuesten Mac-Hardware läuft das Ganze auch tatsächlich mit einer guten Geschwindigkeit, wobei das natürlich sehr stark auch abhängig ist von der Bildgröße, die wir da eingeben. Wenn ich jetzt beispielsweise einmal sage, ich möchte ein Bild mit einem Verhältnis von 1280x800 Pixel, dann wird das Ganze natürlich etwas länger dauern für das Generieren. Es wird sich auch das Bild entsprechend ändern, das generiert wird. Aber wie wir sehen können, im Prinzip ist es mit relativ wenig Aufwand schon möglich, das Ganze auch lokal zu nutzen und zu betreiben. So, jetzt sehen wir beispielsweise auch hier einmal das Endergebnis, wenn wir das im Breitbildverhältnis erzeugen lassen. Das hat jetzt etwas länger gedauert. Man muss dazu sagen, wenn ich das auf einer relativ modernen NVIDIA-Grafikkarte laufen lasse, dann geht das tatsächlich auch noch schneller als hier auf dem Mac. Aber jetzt stellt sich die Frage, was können wir denn jetzt alles damit machen? Und da möchte ich einmal ein paar Beispiele zeigen, wenn wir tatsächlich das Ganze nicht nur nutzen, um einfach einen Text einzugeben und ein Bild zu erzeugen, sondern mehr oder weniger das Ganze in eine Art Workflow einbinden. Und dafür öffne ich einmal das Tool Comfy UI. Das sieht auf den ersten Blick relativ wirr aus. Es basiert auf sogenannten Knotenpunkten, die man miteinander verbinden kann. Und jeder Knotenpunkt hat halt eine bestimmte Funktion. Und im Kern nutzt dieses Tool also auch Stable Diffusion Modelle. Aber darüber hinaus kann man noch zusätzliche Modelle verwenden, um beispielsweise etwas wie eine Referenzgeometrie mitzugeben und diese Referenzgeometrie dann in dem Bild, was generiert wird, berücksichtigen zu können. Und was ich hier einmal auf die Schnelle aufgebaut habe, ist ein Workflow, um aus einer Skizze ein echt aussehendes Bild oder ein Bild, was aussieht wie gerendert, erzeugen soll. Ich habe also hier als Eingangsgröße eine ganz einfache Skizze von einem Stuhl, beschreibe das dann auch hier im Text, also ein Bild von einem modernen blauen Stuhl. Man kann auch Dinge angeben, die nicht auftauchen sollen. Das ist der sogenannte Negative Prompt. Und da gibt es tatsächlich einige Beispiele, die sich im Prinzip bewährt haben, was man nicht sehen möchte. Damit kann man aber natürlich auch rumexperimentieren. Und wenn ich jetzt hier auf Q-Prompt gehe, nachdem ich diesen Workflow entsprechend aufgebaut habe, dann können wir sehen, fängt das System tatsächlich an, auf Basis dieser Eingabe ein entsprechendes Bild zu generieren. Und das kann natürlich in dem Produktentwicklungsprozess, den wir in vielen Unternehmen vorfinden, sehr schön eingesetzt werden, wenn es darum geht, erste Ideen zu visualisieren, auszuprobieren. Man kann jetzt dadurch relativ schnell tatsächlich dann auch iterativ vorgehen, etwas an der Skizze ändern. Man muss ja nicht direkt in der digitalen Welt anfangen. Man kann beispielsweise bei Handskizzen anfangen, diese Handskizzen abfotografieren und dann über so ein Tool eine erste Visualisierung erstellen lassen. Und das Schöne bei ComfyUI, finde ich, ist, man kann diese Workflows, die man einmal anlegt, tatsächlich dann auch teilen. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, wenn so etwas beispielsweise dann auch im Unternehmen genutzt werden soll, dann lassen sich diese Workflows anlegen und entsprechend dann relativ einfach teilen. Man muss dazu sagen, es erfordert natürlich ein bisschen Einarbeitung, um das Tool zu durchdringen und auch die Anforderungen letztendlich zu verstehen. Aber es lohnt sich aus meiner Sicht gerade für diejenigen, die ohnehin sehr viel im Designbereich unterwegs sind, die gerne auch iterativ vorgehen, diese Tools einmal auszuprobieren und zu schauen, wie wir die in unseren eigenen Workflow entsprechend umsetzen können. Und wir sehen hier das Ergebnis. Ich hatte ja im Prompt angegeben, dass das ein blaues Stuhl sein sollte. Das entspricht schon sehr gut, nicht hundertprozentig, aber sehr gut schon dieser ersten Handskizze von der Geometrie her. Und wie gesagt, das Ganze ist natürlich etwas komplexer, weil man verschiedene Modelle einbindet und somit natürlich auch die Stellschrauben, an denen man drehen kann, sich im Prinzip erhöhen. Aber das Ganze kann man Stück für Stück erschließen. Es gibt tatsächlich auch auf YouTube sehr viele Kanäle, die sich ausschließlich mit dem Thema Stable Diffusion beschäftigen, wo man sehr viel lernen kann. Und neben CompiUI gibt es auch andere Interfaces, die tatsächlich genutzt werden können. Ich möchte da ganz kurz am Ende noch einmal drauf eingehen und einmal zeigen, welche verschiedenen, das heißt hier Packages es gibt. Eins, das sich tatsächlich für Unternehmen auch anbieten würde, ist das Tool Invoke AI. Vor dem Hintergrund, dass es doch ein sehr aufgeräumtes User Interface hat, dass sehr viele Funktionen, wie auch die Funktion, die ich gerade gezeigt habe, also dass man Referenzgeometrien reinladen kann, können genutzt werden. Das Unternehmen bietet auch entsprechende Lizenzen an für Unternehmen, sodass man für einen entsprechenden Beitrag das Tool dann auch nutzen kann. Aber vorher kann man das Ganze natürlich, wie gesagt, kostenfrei entsprechend ausprobieren. Den Möglichkeiten sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Und ja, ich kann nur dazu ermuntern, diese Tools auszuprobieren, zu schauen, ob das Ganze vielleicht auch im Unternehmensalltag eingesetzt werden könnte. Ja, falls ihr noch weitere Videos zu dem Thema Bildgenerierung sehen wollt, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal, um auch in Zukunft keine unserer Videos zu verpassen. und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.